Herzlich Willkommen zu einer nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Anwar. Das heutige Thema ist das Thema Working Out Loud. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Bei Working Out Loud handelt es sich um eine konkrete Methodik, die entwickelt wurde und die angewendet werden kann. Sie dient in erster Linie dazu, Beziehungen zu anderen Personen aufzubauen, allerdings nicht mit dem Hintergrund des Netzwerkens, also möglichst viele Personen in seinem Umfeld zu haben, die dann in gewisser Weise einem vielleicht irgendwann mal helfen können oder die dazu dienen, einen Kundenauftrag zu akquirieren, sondern der Ansatz ist ein anderer. Beim Working Out Loud gilt es Beziehungen, feste Beziehungen aufzubauen, die den Hintergrund haben, ein konkretes Ziel zu verfolgen und diese intensiven und engen Beziehungen zu den Personen werden aufgebaut, indem man das eigene Wissen und eigene Know-how mit diesen Personen teilt. Das Ergebnis kann dann eine Kollaboration oder eine mögliche Zusammenarbeit sein, aber wichtig ist es erstmal, diesen Kontakt zu den Personen aufzubauen und gegebenenfalls auch daraus entstehende Netzwerkeffekte nutzen zu können, dass im Prinzip die Person, die man kontaktiert hat, die Informationen weitergibt, die Informationen von denen wieder weitergegeben werden und man so aus einer kleinen Gruppe, einem anfänglichen Circle, ein immer größer werdendes Netzwerk aufbaut mit Personen, zu denen man eine Beziehung hat. Formuliert wurde der Name als erstes in einem Blogpost von Bryce Williams im Jahre 2010 und größere Popularität hat er widerfahren durch ein Buch, welches 2015 von John Stepper geschrieben wurde. Wie sich schon in der anfänglichen Beschreibung identifizieren lassen kann, basiert der Ansatz auf einem Paradigmenwechsel weg vom Informationssammler, der die Information und das Wissen nur in sich trägt und dieses Wissen ungern preisgibt, hin zu einer Person, die ihr Wissen teilt. Auch diese Theorie basiert auf den Begriffen der Sharing oder Access Economy, bei der man das Wissen an andere weitergibt und letzten Endes nicht mehr entscheidend ist, wie viel man weiß, sondern die Möglichkeit nutzt, über das Teilen des Wissens entscheidende Beziehungen zu anderen Personen aufzubauen. Denn genau das ist auch das, was die Access Economy verkörpert. Es ist schwierig, einen expliziten Vorteil durch Wissen zu generieren, weil Wissen so hochgradig frei zur Verfügung steht und es sehr, sehr viele Experten auf diesem Fachbereich gibt. Also auch ein Transfer weg von der Expertise eines Einzelnen, die als Koryphäe angesehen wird, hin zu einer Marketingrolle, dass man sich selbst als Person verkauft und damit möglichst gute Kontakte knüpfen kann, aus denen dann wiederum Ergebnisse entstehen können. Die grundlegende Methodik basiert darauf, dass sich ein Working Out Loud Circle bildet, also ein Kreis von Personen, die sich einmal wöchentlich für eine Stunde über zwölf Wochen hinweg treffen. Und das Konzept sieht vor, dass für jedes Treffen eine gewisse Struktur vorgesehen ist, um sein Ziel besser zu verfolgen zu können und Beziehungen zu anderen Personen entwickeln zu können. Die Grundschritte, die dabei verfolgt sind, sind als erstes, sein eigenes persönliches Ziel festzulegen. Im zweiten Schritt werden dann Personen identifiziert, die dem Ziel nahe stehen. Diese Personen können entweder aus vergangenen Kontakten entstehen, die man sich notiert und die man auch in Zukunft kontaktiert und eine engere Beziehung hin aufbaut oder auch aus dem Ergebnis von Suchanfragen oder anderen Informationen über Personen, die mit der Thematik und dem Ziel in Verbindung stehen. Und im letzten und dritten Schritt gilt es dann, den Kontakt zu diesen Personen aufzubauen, indem man ihnen das eigene Wissen vermittelt zu dem Thema beziehungsweise Kollaborationsmöglichkeiten und Ideen pitcht. Aber diese Kollaborationsmöglichkeiten können auch erst im Nachgang entstehen, nachdem dann der Erstkontakt aufgetreten ist. Um das durchzuführen, unterstützt einem der Circle und auch die Methodik, aber es braucht auch einen gewissen Mut, aus sich heraus zu gehen, auf andere zuzugehen und den Schritt zu wagen, andere zu kontaktieren und auch einen Fehlschlag in Kauf nehmen zu können. Darüber hinaus ist es notwendig, einen festen Glauben an sich selbst auch zu haben, dass das Wissen, was man selbst innehält, auch andere weiterbringen kann und einen Beitrag für andere leisten kann. Und genau das ist auch einer der Aspekte, die man sich immer verinnerlichen sollte, dass andere Personen von einem selbst lernen können. Und wenn man mit einer solchen Einstellung in das Gespräch hineingeht, macht es letzten Endes die Kontaktaufnahme deutlich einfacher. Es gibt mehrere Gründe, warum Personen einem solchen Circle beitreten oder die Methodik, das Working Out Loud für sich persönlich anwenden. Eine ist beispielsweise, dass man in einer Situation gerade festgefahren ist und Hilfe von anderen benötigt, dass man gerne Zugang zu neuen Möglichkeiten haben möchte oder man in einem spezifischen Gebiet vorhat, sich weiterzuentwickeln. Es können aber auch unpräzisere Gründe herangeführt werden, wie beispielsweise das Tätigen neuer Erfahrungen. Es gibt fünf Grundprinzipien, auf denen die Thematik des Working Out Loud aufbauen. Die erste ist, Beziehungen knüpfen. Die zweite ist, Großzügigkeit an den Tag legen. Die dritte ist, seine eigene Arbeit sichtbar zu machen für andere. Die vierte ist, ein zielgerichtetes Verhalten an den Tag legen, also sich ein Ziel vornehmen. Und die fünfte ist, das wachstumsorientierte Denken. Um diese neuen Beziehungen aufzubauen, gilt es auch, moderne Wege zum Beziehungsaufbau zu nutzen. Hierzu gehört beispielsweise das Kreieren eines Blogs oder verschiedener Blogposts, sei es auf LinkedIn, Xing oder Tumblr. Aber auch das Kreieren einer eigenen Webseite oder eines eigenen Blogs kann dazugehören. Auch die Nutzung von Social Media und das Kundtun seiner eigenen Arbeit auf Social Media über die Social Media Kanäle kann genutzt werden. Hierzu zählt beispielsweise YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und dergleichen. Aber auch genau das, was wir hier gerade machen, ist ein Teil von Working Out Loud, das Produzieren eines Wissens-Podcasts, in dem wir Themen kostenlos vermitteln und zur Verfügung stellen, um gegebenenfalls auf diese Art und Weise Kontakte knüpfen zu können und Beziehungen entstehen lassen zu können. Aber auch die Teilnahme an Meetups ist eine der vielen Möglichkeiten, Beziehungen über moderne Kanäle entstehen zu lassen. Dabei sollten aber auch die klassischen Kanäle nicht vernachlässigt sein, denn je nachdem, welches Ziel man verfolgt, kann auch ein klassischer Kanal wie die Teilnahme an einer Konferenz oder die Kontaktanfrage per Mail eine Möglichkeit sein, um Kontakte zu Personen aufzubauen und Beziehungen aufzubauen, die einem bei dem Erreichen des persönlichen Ziels weiterhelfen können. Die Methodik des Working Out Loud wird nicht nur von Individualpersonen praktiziert, sondern auch von großen deutschen Unternehmen. So haben sich beispielsweise Audi, BMW, Bosch, Continental, Daimler, Deutsche Bank, Telekom, Siemens und noch viele weitere große deutsche Konzerne in einer Working Out Loud Community of Practice zusammengetan, um einen unternehmensübergreifenden Wissenstransfer zu gewährleisten. Ein Bogen zwischen der Methodik des Working Out Loud und Innovationsprojekten oder Innovationsthemen kann dadurch gespannt werden, dass Innovationsprojekte immer etwas Neues darstellen. Und genau diese Innovationsprojekte greifen auch Gründe auf, die ich vorher benannt habe, bei denen die Methodik des Working Out Loud hilfreich sein kann. So bedarf es auf jeden Fall der Verbesserung auf einem bestimmten neuen Gebiet, aber auch das Knüpfen von Kontakten, gerade bei Innovationsthemen, ist essentiell, da es sehr aufwendig und ineffizient ist, das Rad jedes Mal komplett neu zu erfinden und es sicher Personen gibt, die einen bei der Erfüllung dieses Vorhabens unterstützen können. Und genau deswegen wollen wir diese Methodik auch intern mal ausprobieren und initiieren über LinkedIn die Kontaktaufnahme für einen kleinen Mittags- oder Nachmittagstalk von maximal einer Stunde, bei der jede Person auf uns zugehen kann, mit dem wir dann einen Termin vereinbaren, um über die Thematik Robotic Process Automation sich auszutauschen. Wir geben unser Wissen preis, gegebenenfalls haben wir auch die Möglichkeit, Wissen von anderen zu bekommen. Aber selbst dadurch, dass wir anderen über das Thema Robotic Process Automation erzählen, haben wir schon die Möglichkeit, zu erfahren, was den Markt interessiert und was Punkte sind, die an der Technologie noch unverständlich sein könnten. Und Robotic Process Automation ist eines der Innovationsthemen, die wir gerade intern sehr stark vorantreiben und die wir gerne in Zukunft am Markt etablieren wollen. Die Kontaktaufnahme, wenn Interesse zum Thema Robotic Process Automation besteht, kann selbstverständlich nicht nur über LinkedIn stattfinden, sondern kann auch über unsere ganz normale contact-at-enmore.de-E-Mail-Adresse stattfinden. Also solltest du Interesse an der Thematik haben, dann erklären wir dir gerne, um was es sich bei Robotic Process Automation handelt und gegebenenfalls kannst du uns ja auch Inputs zur Thematik liefern. Damit sind wir wieder mal am Ende des Podcasts angekommen und wie immer gibt es zum Schluss den Gedankenhappen für deine innovative Woche. Der dieswöchige Slogan ist Waiting for key individuals to arise spontaneously and act freely may not be the best way. Und genau diesen Aspekt spricht auch wieder die Thematik des Working Out Loud an, da es nichts bringt, auf gut Glück zu hoffen, sondern man muss Initiative ergreifen und aus dieser Initiative ergeben sich dann Beziehungen, die einem weiterbringen können bei innovativen Themen. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact-at-enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.